Der große Terroranschlag in Moskau, zu dem sich der islamische Staat bekannt hat, der hat bei vielen die Frage aufkommen lassen, warum sollte ISIS Russland angreifen? Was soll denn ISIS gegen Russland haben? ISIS ist doch der Feind der Vereinigten Staaten hauptsächlich. Das ist eine Frage, die ich oft gelesen habe jetzt in den sozialen Medien in den letzten Tagen, Stunden. Und die Antwort darauf ist, die Frage ist schon falsch. ISIS hatte schon immer etwas gegen Russland und Russland hat schon lange, lange ein Problem mit islamistischem Terrorismus. Und in diesem Video will ich auf die Hintergründe davon eingehen und ich werde zum einen erklären, was die Geschichte des russischen Problems mit dschihadistischem Terror ist und ich werde ganz spezifisch darauf eingehen, warum ausgerechnet die Gruppe ISIS ein Problem mit Wladimir Putin und Russland hat. Um dieses Phänomen, also Islamismus und islamistischer Terror in Russland zu verstehen, müssen wir uns erstmal die Zahlen anschauen und die Hintergründe. Russland ist das größte muslimische Land Europas. Wie viele Muslime genau in Russland leben, das ist umstritten. Es gibt Schätzungen, die von 15 Millionen Muslimen ausgehen etwa. Es gibt aber auch Schätzungen von bis zu 25 Millionen Muslimen. Wenn wir bei der oberen Schätzung bleiben, 25 Millionen Muslime, dann hätte Russland mehr Muslime als zum Beispiel Syrien. Und das ist ganz wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Wir haben eine große muslimische Population und einen autoritären, diktatorischen Staat, der Minderheiten und Andersdenkende unterdrückt. Und das in Kombination ist natürlich ein idealer Nährboden für Islamismus und besonders für islamistische Gewalt wie eben Terrorismus. Wie es dazu kam, dass es so viele Muslime im heutigen Russland gibt, auch da müssen wir in die Geschichte zurückschauen. Russland hat sich in der frühen Neuzeit sehr stark ausgebreitet nach Osten. Also in Gebiete, die eigentlich gar nicht von Slaven, von christlich-orthodoxen Bevölkerungen bevölkert waren, sondern eben zum Teil von Nachfahren der Mongolen und von Tataren und im Kaukasus dann von Dutzenden und mehr als Dutzenden von verschiedenen Ethnien. Dazu komme ich später noch. Im 16. Jahrhundert haben die Russen, die russischen Zaren, unter besonders Ivan der Schreckliche, etwa das Kanat von Kazan erobert. Das war ein tartarischer Herrschaftsbereich, der aus der sogenannten Goldenen Horde hervorgegangen ist. Die Goldene Horde, das waren die Nachfolger von Genghis Khan, das waren Mongolen, die große Teile des heutigen Russlands beherrschten. Und im 18. Jahrhundert hat sich Russland dann noch weiter ausgebreitet, und zwar in die Richtung des Kaukasus. Der Kaukasus, das war damals das Einflussgebiet von zwei großen alten muslimischen Imperien, zum einen der Osmanen, zum anderen des Persischen Reiches. Die waren aber beide schon auf dem absteigenden Ast im 18. Jahrhundert, und deswegen konnte Russland praktisch Richtung Kaukasus drängen und hat viele Gebiete erobert, die später Einflussgebiet auch ein Teil der Sowjetunion waren, also bis nach Georgien, Armenien, Aserbaidschan und so weiter, aber eben auch die Gebiete des Nordkaukasus. Und der Nordkaukasus ist wirklich eine der faszinierendsten und kompliziertesten Gegenden, wenn man sich Ethnien, Sprachen, Völker, Stämme, Clans anschauen will. Da hat man so dermaßen viele verschiedene ethno-linguistische Gruppen, wie man es auch nennen möchte, und ich habe vorher gesagt, Dutzende und mehr. Also es gibt Aufzählungen, dass wir da auf einem wirklich kleinen Gebiet im Norden des Kaukasus mehr als 100 verschiedene Sprachen und ethnische Gemeinschaften haben, und da ist es sehr schnell, dass man einfach die Übersicht verliert. Auf jeden Fall wurden diese Gebiete dann später auch ins Russische Reich integriert, und gerade die Gebiete nördlich des Kaukasus oder des nördlichen Kaukasus, die sind bis heute Teil von Russland. Um ein paar Namen zu nennen, dazu gehört Nord-Ossetien, Tschetschenien, Dagestan, Ingushetien und so weiter. Und hier ist eben die Bevölkerungsmehrheit muslimisch und seit Jahrhunderten praktisch eine kriegerische Bevölkerung, beziehungsweise ein Kriegerethos und eine stark militärische Tradition, gerade als Widerstandskämpfer gegen größere Imperien. Und das, auch wieder in Kombination, ist sehr wichtig, wenn wir uns die weitere Entwicklung des islamistischen Terrors in Russland anschauen wollen. Wir springen ins 20. Jahrhundert. Und da gibt es ein Jahr, das von manchen Experten so als die Geburtsstunde des modernen Dschihadismus und des modernen Islamismus gewertet wird, nämlich 1979. Da gab es zum einen einen islamistischen Anschlag, eine Geißelnahme auf die Kaaba, auf die Große Moschee in Saudi-Arabien. Das wurde dann militärisch geklärt, aber letztendlich die Auswirkungen spürt man bis heute. Die Religiösen bekamen in Saudi-Arabien mehr Macht und so weiter. Ein paar tausend Kilometer weiter östlich passierte etwas anderes, nämlich die Sowjetunion marschierte in Afghanistan ein. Und es begann der Afghanistan-Krieg der Sowjets. Und der sollte zehn Jahre dauern bis 1989, als sich die Sowjets dann geschlagen, zurückgezogen haben. Damals war es so, dass die Sowjets die kommunistische, installierte Diktatur in Afghanistan, in Kabul unterstützen wollten, gegen die Aufständischen. Die Aufständischen, das waren die sogenannten Mujahedin. Die wurden massiv von, unter anderem von Saudi-Arabien und Pakistan, aber auch von den Vereinigten Staaten unterstützt mit Geld und mit Waffen. Und viele dieser Mujahedin-Gruppen waren eben islamistisch-fundamentalistisch. Und die haben dann letztendlich die Sowjets vertrieben und in Afghanistan brachte Bürgerkrieg aus, bis dann später die Taliban an die Macht kamen. Aber das war so das erste Mal im großen Umfang im 20. Jahrhundert, dass eben sowjetische Truppen, russische Truppen, sich mit einem Kampf gegen internationale Dschihadisten auseinandersetzen mussten. Und diese Erfahrung, die ging dann später weiter, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Die russischen Truppen waren in den 90ern unter anderem in den Bürgerkrieg in Tadjikistan verwickelt, wo sie eben auch eine autoritäre Regierung gegen ein Bündnis aus liberalen Parteien und islamistischen Parteien unterstützt haben. Das ist etwas, was sich so ein bisschen widerspiegelt mit dem, was später in Syrien passieren sollte, aber auch da kommen wir später zu. Denn der Syrienkrieg wird auch noch eine massive Zäsur in der Geschichte des islamistischen Terrors in Russland bedeuten. Wir bleiben aber jetzt erstmal kurz in den 90ern, denn da passierte auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Als die Sowjetunion auseinandergefallen ist, haben sehr viele Staaten, beziehungsweise sehr viele Völker innerhalb der Sowjetunion, haben darauf gepocht, dass sie jetzt unabhängige Staaten bilden dürfen. Und für viele hat das auch funktioniert. Die Ukraine wurde ein Staat, Georgien, Armenien, Weißrussland, die baltischen Staaten und so weiter, die zentralasiatischen Staaten. Ein Volk, das auch einen eigenen Staat haben wollte, waren eben die Tschetschenen. Da hat aber Moskau nicht gesagt, okay, löst euch los, sondern die sollten in der russischen Föderation bleiben. Und deswegen kam es zum Ersten Tschetschenienkrieg ab 1994 bis 1996. Und es gab da ganz große Ansagen von Moskau, dass ein paar Falschumjöger würden diese Widerstandsbewegung aus dem Kaukasus innerhalb von ein paar Stunden niederkämpfen. Aus den paar Stunden wurden dann zwei Jahre. Und letztendlich musste Moskau sich zurückziehen. Moskau hat kapituliert, eine Niederlage der russischen Truppen. Und die Tschetschenen konnten mehr oder weniger de facto ihre Unabhängigkeit bewahren dort. Und es gab da ganz furchtbare Szenen. Während des Krieges unfassbare Grausamkeiten, unfassbare Zerstörungen, gerade von Grozny, der Hauptstadt Tschetscheniens. Es sollte im nächsten Krieg dann noch schlimmer werden. Aber auch als die Tschetschenen gewonnen hatten, waren es wirklich katastrophale Umstände. Es gab offene Sklavenmärkte in Tschetschenien. Sklaven konnten gekauft und verkauft werden. Die Scharia wurde sehr strikt eingeführt. Und man hatte allgemein eine Situation, die natürlich eine bestimmte Gruppe anzieht. Nämlich die internationalen Dschihadisten. Unter anderem auch Al-Qaida. Ein interessanter Fakt ist, dass der spätere Al-Qaida-Führer, Ayman al-Sawahiri, er kennt ihn vielleicht noch als Stellvertreter von Osama Bin Laden. Nach dem Tod Bin Ladens wurde er dann Anführer der Al-Qaida, bis die Amerikaner ihn dann getötet haben vor ein paar Jahren in Afghanistan. Auf jeden Fall, dieser stellvertretende Führer der Al-Qaida hat sich auch im Kaukasus aufgehalten und war zum Teil sogar in russischer Haft. Die Russen haben ihn entdeckt, gefangen genommen, haben aber behauptet, dass sie nicht wussten, wer die Nummer zwei von Al-Qaida ist und haben ihn dann später wieder laufen lassen. Auch eine interessante Episode der Geschichte. Auf jeden Fall wurde so Tschetschenien weiter zu einer Brutstätte für islamistischen Terror. Viele Mujahedin, also diese Gotteskrieger, diese religiös motivierten, hatten schon im Krieg gegen die Russen gekämpft und damit auch bei den Tschetschenen eben ein Stein im Brett. Ähnlich wie in Afghanistan. Ein paar Jahre später sollte ein erneuter Tschetschenien-Krieg ausbrechen, 1999 bis 2000 waren so die Hauptkampfhandlungen. Aber letztendlich hat sich der Konflikt da noch weitergezogen bis 2009 etwa. Da gibt es verschiedene Daten, wenn man sagt, wann dieser Krieg endete. Die Hauptkampfphase war 1999 bis 2000. Es war letztendlich so, der Krieg, mit dem Wladimir Putin auch seinen Ruf als starker Mann festigen konnte. Unfassbare Grausamkeiten. Die Stadt Grozny wurde dem Erdboden gleichgemacht. Zehntausende Tote. Beim ersten Tschetschenien-Krieg ging man schon von 100.000 oder mehr zivilen Opfern aus. Im zweiten Tschetschenien-Krieg war es dann kaum besser. Also unfassbare Zerstörung. Und diesmal waren die russischen Truppen auch durch unglaubliche Gewalt siegreich. Und Tschetschenien wurde wieder eingegliedert in die russische Föderation. Später hat man einen tschetschenischen Warlord eingesetzt. Einen selbst mit dem Islamismus flirtenden, brutalen Schlechter namens Ramzan Kadirov. Der Moskau-treu ist und eben so dafür sorgt, dass in Tschetschenien einigermaßen Ruhe ist. Diese Kriege in Tschetschenien auch gegen internationale Dschihadisten, die führten zu einer Welle an terroristischen Anschlägen in der Region dort, aber auch im restlichen Russland. Und ich habe jetzt hier nur ein paar rausgesucht. Das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele. Die Liste ist sehr viel länger. Aber die bekanntesten Fälle von terroristischer Gewalt, von islamistisch-terroristischer Gewalt in Russland umfassen etwa 2002. Da wurde ein Theater in Moskau gestürmt von tschetschenischen Separatisten. Die haben Geiseln genommen. Das wurde letztendlich dann gestürmt von den russischen Sicherheitskräften. Es gab 130 Tote, mehr als 130 Tote. Und das lag unter anderem auch daran, dass die russischen Sicherheitskräfte unfassbar inkompetent gehandelt haben. Man hat ein Gas in das Theater geleitet, hat aber nicht den Rettungskräften gesagt, was für ein Gas es ist, sodass erste Hilfe nicht gut geleistet werden konnte. Und letztendlich starben an diesem Gas, das die Russen eingesetzt haben, ebenfalls viele Geiseln. Aber ein großer islamistischer Anschlag 2002 in Moskau. Zwei Jahre später wurde es dann noch schlimmer im Prinzip. 2004 gab es die Geiselnahme in einer Schule in Beslan. Und dabei wurden mehr als 1000 Schüler als Geiseln genommen. Und auch da gab es den Versuch der russischen Spezialkräfte, das Ganze gewaltsam zu lösen, was auch in einem Massaker geendet hat. Mehr als 330 Tote. Mehr als 330 Tote bei dieser Geiselnahme in einer Schule in Beslan. Die Täter ebenfalls islamistische Terroristen. 2010 gab es einen Anschlag mit Bomben auf die Metro von Moskau. Dabei sind mehr als 30 Menschen getötet worden. 2011 kam es zu einem Selbstmordattentat auf einem Moskauer Flughafen. Ebenfalls mehr als 30 Tote. 2013, also nur zwei Jahre später, gab es mehrere Anschläge in Wolgograd auf den öffentlichen Personennahverkehr. Und auch dabei starben mehr als 40 Menschen bei zwei verschiedenen Anschlägen, die in ein paar Wochen auseinander lagen. 2017 gab es nochmal einen islamistischen Anschlag auf die Metro. Diesmal in St. Petersburg. Mehr als 15 Tote. Und wie gesagt, das ist jetzt nur eine Auswahl von terroristischen Anschlägen, die im Zusammenhang mit der Gewalt im nördlichen Kaukasus hängen. Also mit Tschetschenien, Dagestan, Ingoschitzien und so weiter. 2015, ich habe es schon angekündigt, war dann ein weiterer wichtiger Punkt, ein weiteres wichtiges Datum in der Geschichte der russischen Probleme mit islamistischem Terror. Denn da hat Russland 2015 ganz offen militärisch in den Syrien-Krieg eingegriffen. Zum geopolitischen Kontext. Russland ist ein Verbündeter des Iran. Und der Iran ist ein Verbündeter mit dem Assad-Regime, also der alawitischen Diktatur, die Syrien nach wie vor kontrolliert. Der Iran ist ein schiitisches Land, eine schiitische Theokratie, also auch islamistisch, aber nicht sunnitisch, sondern schiitisch-islamistisch. Und dementsprechend ist Russland auch ein Verbündeter des Assad-Regimes. Und deswegen, als es dann immer mal wieder so aussah, als ob Assad gestürzt würde von hauptsächlich sunnitischen Rebellen, manche tatsächlich demokratisch orientiert, viele aber auch islamistisch orientiert, da haben die Verbündeten von Assad immer wieder eingegriffen. Mal war es die Hisbollah, die ebenfalls von Iran aus kontrolliert wird. Mal war es der Iran selber. Und ab 2015 war es dann eben Russland, das unter anderem mit seiner Luftwaffe angegriffen hat. Man muss hier sagen, nicht zuerst primär gegen den islamischen Staat. Es gab immer mal wieder kleine Gefechte und Angriffe auf den islamischen Staat. Aber gerade so zu den Zeiten, als die syrischen Rebellen noch sehr stark waren und eine Bedrohung für das Assad-Regime, haben sowohl die Assad-Truppen als auch die russischen Truppen den IS öfters mal verschont und haben den IS in Ruhe gelassen, damit die syrischen Rebellen praktisch von zwei Seiten vernichtet werden konnten. Von zwei Seiten angegriffen, auf der einen Seite das syrische Regime, auf der anderen Seite der islamische Staat. Das hat dann später, als die syrischen Rebellen relativ bedeutungslos geworden waren, hat sich das dann geändert. Und da gab es dann eben die Gefechte zwischen diesen beiden siegreichen Fronten, zwischen dem Assad-Regime und dem sogenannten islamischen Staat. Und in dem Kontext kam es eben auch dazu, dass russische Flugzeuge, Angriffe auf Stellungen des islamischen Staates geflogen sind und auch auf die damalige Hauptstadt des islamischen Staates, Raqqa. Und ich selber war 2018 in Raqqa, also knapp ein Jahr, nachdem der IS dort vertrieben wurde. Es war eine interessante Zeit. Es gab damals noch ständig Anschläge. Es war wirklich nicht ein angenehmer Aufenthalt dort. Aber auf jeden Fall habe ich 2018 Interviews geführt in Raqqa für einen Film, der dann später bei Phoenix ausgestrahlt wurde. Und da möchte ich euch diese Szene kurz zeigen. Alle hatten Angst vor dem IS. Und Angst vor den Bombardierungen. Assad hat nicht den IS bombardiert, sondern die Zivilbevölkerung. Und noch schlimmer waren die russischen Angriffe. Ob ihr das jetzt hören wollt oder nicht. Jetzt sagen sie, sie seien als Befreier gekommen. Aber diese ganze Zerstörung, es hat sich nicht gelohnt. Der russische Einsatz in Syrien hat dann also dazu geführt, dass Russland in den Augen der internationalen Dschihadisten-Szene ein noch größerer Feind wurde, als es eh schon war. Und das führte dann auch zu vielen verschiedenen Anschlägen. Beginnend 2015, da hat eine Zelle des islamischen Staates ein Flugzeug in die Luft gesprengt, das von einer russischen Fluglinie gechartert war, vom Metrojet, und das auf dem Weg von Ägypten nach Russland war. Und dabei kamen mehr als 220 Menschen ums Leben bei diesem Terroranschlag des islamischen Staates gegen Russland. Und man muss hier kurz erklären, wie der islamische Staat international aufgebaut ist. Der islamische Staat, wie der Name schon sagt, sieht sich ja praktisch in der Nachfolge des Kalifats, also einer kontinentumspannenden Großmacht, die verschiedene kleinere Bezirke und Provinzen vereint. Und deswegen gibt es viele, mehr oder weniger autonom arbeitende IS-Gruppen, die sich jeweils nach den Orten benannt haben, wo sie aktiv sind. Dieser Anschlag auf das Flugzeug voller russischer Staatsbürger, das war organisiert von der Sinai-Fraktion, also praktisch der Provinz Sinai im weltweiten Kalifat, auch ISIS, aber eben aus Ägypten. Eine andere ISIS-Gruppe, die für Anschläge in Russland selbstverantwortlich war und ist, ist die sogenannte Provinz Kaukasus. Die ging hervor aus einer schon vorher existierenden Dschihadisten-Gruppe, dem sogenannten Kaukasus-Emirat. Und dieses Emirat, das hat sich dann später dem islamischen Staat angeschlossen und hat über die Jahre immer mal wieder kleinere Anschläge in Russland verübt. Unter anderem wurde 2015 eine Militärbasis der russischen Armee in Dagestan angegriffen. 2018 gab es einen Anschlag auf eine christliche Kirche in Dagestan und eine Polizeistation in Tschetschenien. 2019 gab es mehrere Attacken auf Polizisten in Russland. Und jetzt, im März 2024, kam es eben zu einem wirklich großen Anschlag in der Nähe von Moskau, am Rande von Moskau auf die Konzerthalle, bei der weit über 100 Menschen getötet wurden. Und das ist der größte Anschlag, der größte islamistische Anschlag, aber auch der größte Anschlag insgesamt in Russland seit dem Massaker von Beslan. Und diesmal ist wieder eine andere ISIS-Provinz wahrscheinlich dafür verantwortlich, die Khorasan-Gruppe. Khorasan ist ein alter Begriff für den islamisch geprägten Teil Zentralasiens, Afghanistan und so weiter. Und diese Gruppe, diese Khorasan-Provinz des islamischen Staates, hat sich jetzt eben dazu bekannt für den Anschlag auf diese Konzerthalle in der Nähe von Moskau. Und dieser Angriff kam jetzt nicht aus dem Nichts. In den letzten Wochen gab es ganz aktive Warnungen. Die Amerikaner haben ausdrücklich davor gewarnt, dass sie Geheimdienstinformationen haben, die darauf hindeuten, dass es solche Anschläge geben würde. Die Amerikaner haben die russischen Behörden verständigt und gewarnt. Wladimir Putin hat das Ganze abgetan als Panikmacher, als Verunsicherung und so weiter. Die Amerikaner haben ihre Staatsbürger in Russland dazu aufgerufen, öffentliche Versammlungen und auch Konzerte zu meiden, weil sie eben Informationen hatten, dass so etwas passieren könnte. Die russischen Behörden haben selbst noch im März 2024 eine ISIS-Schläferzelle in Moskau ausgehoben, die geplant hatte, Anschläge zu verüben, unter anderem auf Synagogen. Und auch im März 2024, also das alles sind nur ein paar Wochen vor diesem großen Anschlag in der Nähe von Moskau, gab es Gefechte in Ingushetien, also auch wieder nördlicher Kaukasus, bei dem russische Sicherheitskräfte gegen islamistische Militante gekämpft haben. Also, es ist jetzt nicht verwunderlich, wie manche Beobachter sagen, warum ausgerechnet jetzt und was soll das bedeuten, warum sollte ISIS denn ausgerechnet jetzt Russland irgendwie angreifen. Denn es ist genau andersrum. Es ist eigentlich faszinierend, warum es so lange gedauert hat, dass es so einen großen Anschlag von islamistischer Seite gegen Russland gab. Russland ist seit 2022, seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine, militärisch sehr stark gebunden, geschwächt und abgelenkt. Ich würde mich also mehr wundern, wenn so etwas nicht passieren würde, wenn nicht irgendeine islamistische Gruppe oder irgendein Teil des sogenannten islamischen Staates versuchen würde, diese Beschäftigung, diesen Fokus auf die Ukraine auszunutzen, um sich wieder ins Rampenlicht zu bringen und um den alten Feind Russland eben mal wieder zu verletzen. Und deswegen, es ist unfassbar tragisch, was da passiert ist. Es ist grausam, es ist schrecklich, aber eines ist es nicht. Unwahrscheinlich und es war auch nicht unvorhergesehen. So, wir sind wieder am Ende des Videos. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Hintergründe liefern. Das Video, das ich gestern veröffentlicht hatte, das sich direkt um die ersten Informationen zu diesem Anschlag in der Nähe von Moskau gedreht hat, das wurde leider von YouTube nicht offline genommen, aber es wurde ab 18 gesetzt, weil grausame Bilder drin zu sehen gewesen wären. Was ironisch ist, weil es genau dieselben Bilder waren, die die BBC gezeigt hat. Sie waren verpixelt. Das Video der BBC ist noch online auf YouTube. Aber was soll's, ich bin nicht die BBC und dieses Video ist jetzt nur noch zu sehen, wenn man angemeldet ist bei YouTube und wenn man über 18 ist. Ich verlinke es gerne in den Kommentaren, aber im Prinzip ist es auch gar nicht so schlimm, denn die Informationen von diesem Video sind schon wieder veraltet. Mit diesem Video konnte ich das liefern, was ich eigentlich machen möchte, nämlich das aufzugreifen und das zu zeigen, was in den Medien in der Ausführlichkeit wenig Platz hat, nämlich die Hintergründe, wie es dazu kommen konnte, wie es eben kam. Danke, dass ihr dabei wart, lasst gerne ein Abo da, kommentiert im Kommentarbereich und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.